Ein NAS-System zum dezentralen Speichern von Daten ist an sich eine coole Sache und das Ganze habe ich euch ja in den letzten Videos dieser Reihe schon genau vorgestellt. Doch was ist, wenn ihr sehr viele Aufnahmen in 4K habt und diese Aufnahmen auf eurem NAS-System liegen? Bevor ihr diese schneiden könnt, müsst ihr sie vom NAS-System auf eurem PC rüber kopieren und könnt sie dann da in der Schnittsoftware öffnen. Wie wäre es denn, wenn ihr dieses 4K-Footage direkt auf dem NAS-Server liegen lassen könntet und direkt darauf die Dateien öffnen und schneiden könntet? Das geht ohne Probleme und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr das macht und was ihr davon erwarten könnt. Wenn wir uns mit dem Thema 4K-Videoschnitt auf einem NAS-System beschäftigen wollen, haben wir an sich erst mal folgendes Problem. Die NAS-Systeme haben meistens nur eine 1Gig-Netzwerkkarte bzw. einen 1Gig-Netzwerkanschluss. Das ist eigentlich heutzutage so gang und gäbe, dass man zu Hause, wenn man Internet bzw. Netzwerk kabelgebunden hat, das Ganze über 1Gig laufen lässt. 1Gig bedeutet 1000 Mbit, was dann bedeutet, dass ihr theoretisch über eine Netzwerkschnittstelle um die 120 Megabyte übertragen könnt. 120 Megabyte Übertragung. Jetzt überlegt mal, ihr habt eure 4K-Videodateien auf dem NAS-System und wollt diese mit 120 Megabyte pro Sekunde lesen und schreiben. Dann könntet ihr auch eine uralte HDD-Festplatte in euren PC einbauen und könntet darüber lesen und schreiben. Denn Festplatten, wenn die direkt in eurem System verbaut sind und wir gehen davon aus, dass sie nicht über IDE verbunden sind. Also ich weiß gar nicht, ob heutzutage noch Leute IDE-Festplatten einsetzen. Na gut, die sind dann per SATA an eurem Mainboard verbunden. Dann habt ihr roundabout zwischen 150 bis 200 Megabyte pro Sekunde, die ihr lesen und schreiben könnt. Also schon mal wesentlich mehr als diese 120 Megabyte, die ihr dann über ein 1Gig-Netzwerk übertragen könntet. Also unser Problem liegt, um das mal kurz zu fassen, eigentlich in der möglichen Übertragungsgeschwindigkeit, die unser Netzwerk bietet. Abhilfe kann da 10 Gig schaffen, denn 10 Gig gibt es jetzt auch schon seit ein paar Jahren, ist aber noch nicht so der de facto Standard im Netzwerk. Sei es nun in privaten Netzwerken oder sei es in Büronetzwerken. Selbst in Büronetzwerken sind 10 Gig eigentlich noch nicht so viel anzutreffen. 10 Gig bedeutet eigentlich nur das gleiche, wie ihr habt 10 mal 1 Gig, nur halt zusammengefasst. 10 Gig ist die 10-fache Geschwindigkeit, die ihr dann über das Netzwerk eigentlich theoretisch übertragen könntet. Gehen wir also von den 120 Megabyte pro Sekunde aus, könntet ihr ganz locker und flockig, theoretisch, wir haben hier nur theoretische Zahlen, ganz wichtig, 1,2 Gigabyte pro Sekunde übertragen. Und das sieht dann schon wieder ganz anders aus. 1,2 Gigabyte pro Sekunde würden ja locker ausreichen, um ein Video in zum Beispiel Adobe Premiere zu öffnen, zu bearbeiten, zu rendern. Also das wäre eigentlich das Optimum. Was wir also machen müssten, um übers Netzwerk unsere Videos zu schneiden, wäre ein 10 Gig Netzwerk. Da müssten wir erstmal bei dem NAS-System anfangen und das NAS-System braucht dementsprechend erstmal eine 10 Gig Netzwerkkarte. Das Ganze ist gar kein Problem, denn Synology bietet die Möglichkeit, bei einigen Modellen eine Erweiterungskarte nachzubauen. Zum Beispiel diese Erweiterungskarte, die könntet ihr euch kaufen und könntet sie dann in das NAS einbauen. Ich würde sagen, wir schauen uns das gleich einmal gemeinsam an, wie man diese Karte einbaut und in Betrieb nimmt. Vorher aber noch ein paar weitere Infos. Wenn ihr jetzt theoretisch so eine 10 Gig Karte verbaut habt in eurem NAS-System, ist das ja super. Dann kann das NAS-System 10 Gig. Aber nicht nur das NAS-System muss 10 Gig können, sondern auch der Router bzw. der Switch, an dem das NAS-System mit Netzwerkkabel verbunden ist, muss natürlich 10 Gig supporten, damit ihr diese vollen 10 Gig auch ausnutzen könnt. Habt ihr da nur einen ganz normalen 1 Gig Switch liegen, ja, puh. Dann habt ihr eine schön teure Karte verbaut in eurem NAS-System, aber könnt ihr nicht nutzen, weil der Switch nur 1 Gig hier ergibt. Wenn ihr also dann weitergeht, müsstet ihr theoretisch noch einen nicht so günstigen Netzwerkswitch kaufen, mit dem ihr dann 10 Gig Switch habt. Aber jetzt kommt der nächste Punkt. Alle Geräte, die gerne mit dem NAS über 10 Gig Verkabelung kommunizieren wollen, die müssten, damit sie diese 10 Gig Geschwindigkeit auch erhalten, eine 10 Gig Netzwerkkarte verbaut haben. Genauso wie das NAS-System nun die 10 Gig Netzwerkkarte bekommt, braucht dann zum Beispiel euer Schnitt-PC auch eine 10 Gig Netzwerkkarte, denn die wenigsten Mainboards haben schon 10 Gig verbaut. Dort sind meistens nur 1 Gig verbaut. Das ist so der Standard, wie schon des Öfteren jetzt gesagt. Bei manchen gibt es schon so eine Art Hybrid mit 2,5 Gig oder manche haben sogar 5 Gig, aber 10 Gig, ja, das ist sehr selten. Und das sind dann schon Mainboards, da sind wir im Bereich von mehreren 100 Euro, haben glaube ich die wenigsten verbaut. Also dort ist dann eigentlich auch nur die Lösung, sich eine 10 Gig Netzwerkkarte zu kaufen. Die kann man über Pisa Express dann auf das Mainboard stecken und schon hat man dort auch 10 Gig. Das heißt, der Client braucht 10 Gig, der Server braucht 10 Gig und natürlich die Netzwerkschnittstelle dazwischen, unser Switch oder Router. Ja, und wenn ihr das dann alles habt, dann könnt ihr ja richtig coole Übertragungsgeschwindigkeiten genießen. Bevor ich da aber noch ein bisschen weiter darauf eingehe, würde ich sagen, wir hüpfen jetzt mal wirklich zum Einbau der 10 Gig Netzwerkkarte in unser Synology NAS. Was wir nun machen wollen, ist diese kleine 10 Gig Netzwerkkarte von Synology in unser Synology NAS einzubauen. Den Link zu der Karte habe ich euch einmal unten in die Videobeschreibung gepackt. Wir packen mal die Karte beiseite und als erstes müssen wir natürlich, damit wir diese 10 Gig Karte einbauen können, das Gehäuse öffnen. Das ist bei Synology wirklich sehr elegant und einfach gelöst. Ihr habt hier hinten auf der Rückseite insgesamt sechs Schrauben. Diese sechs Schrauben, die müsst ihr einmal ausschrauben bzw. entfernen und dann können wir das Gehäuse auch schon öffnen. Nachdem wir die Schrauben entfernt haben, können wir das Ganze einmal hinstellen. Ihr merkt schon, das löst sich auch schon. Und zwar, wenn ihr das Ganze dann hinstellt, dann seht ihr, das Ganze sitzt normalerweise hier vorne drin, dass man das Ganze nach hinten so ein Stück wegschieben kann. Und wenn man das gemacht hat, hier sieht man dann diese Arretierung, dann kann man das Ganze nach oben einfach aufnehmen. Das heißt, hochheben und schon ist das Gehäuse geöffnet und man kommt hier an die wichtigsten Dinge ran. Und zwar, was wir nun benötigen, ist hier auf der Seite. Das wäre hier dieser PCI-Express-Slot. Den benötigen wir, um unsere Netzwerkkarte einzubauen. Auf der Rückseite findet ihr, ich werde das Ganze jetzt nochmal hinstellen, damit ihr das gut sehen könnt, findet ihr normalerweise hier noch so eine Slotblende. Diese Slotblende, die ist bei mir schon raus, die müsstet ihr entfernen und dafür ist hier einfach nur eine Schraube. Die Schraube löst ihr auch nochmal. Und wenn die Schraube gelöst ist, dann könnt ihr hier diesen Plastikpenöbel, den könnt ihr einfach nach oben ziehen. Zack. Und dann könnt ihr schon hier die Blende rausnehmen. Und sobald die Blende raus ist, sind wir eigentlich schon fast fertig. Super easy. Einfach wieder hinstellen. Ihr nehmt die Netzwerkkarte. Die Netzwerkkarte, die wird dann einfach hier in diesen PCI-Express-Slot gesteckt. Das heißt, hier hinten hin reinstecken einmal ordentlich. Klack. Dann sitzt das Ganze. Dann müsst ihr einfach nur hier hinten wieder die Schraube befestigen, die wir eben rausgenommen haben. Vorher natürlich diesen Plastikpenöbel wieder runterschieben, bis er drauf sitzt. Schraube rein und fertig. Netzwerkkarte verbaut. Wir können jetzt eigentlich den Deckel wieder drauf machen, das Ganze wieder verschrauben und dann seid ihr mit dem Einbau auch schon fertig. Nach dem Einbau der 10-Gig-Netzwerkkarte müsst ihr eigentlich nur noch euer NAS-System wieder an Strom und Netzwerk anschließen. Achtung, das Netzwerkkabel muss natürlich nun an die 10-Gig-Netzwerkkarte und nicht an einen der vorherigen Ports, wo das Netzwerkkabel dran war, NAS-System hochfahren. Und dann könnt ihr eigentlich auch schon die ganzen Vorteile dieses Umbaus nutzen. Ihr solltet nach dem Einbau aber auf jeden Fall prüfen, ob die 10-Gig auch erkannt worden sind. Sprich, die Verbindung vom NAS-System zum Switch auch über 10-Gig läuft. Das macht ihr am besten über das Dashboard. Das heißt, ihr loggt euch einmal auf eurem NAS-System ein und geht dort dann in die Systemsteuerung. In der Systemsteuerung geht ihr dann auf Netzwerk und bei Netzwerk findet ihr dann hier oben den Reiter Netzwerkschnittstelle. Dort sollte nun LAN 5 zum Beispiel bei mir in diesem Fall aktiv sein. Das bedeutet, es kommt ein weiteres LAN-Gerät, eine weitere Netzwerkschnittstelle dazu. Ich hatte vorher vier Stück an meinem NAS-System. Die 10-Gig-Karte ist somit der fünfte. Das Ganze ist hier verbunden und wenn ihr das Ganze aufklappt, dann seht ihr hier Netzwerkstatus 10.000 Mbit pro Sekunde. Also die 10 Gig wurden erkannt, sind aktiv, können genutzt werden aus die Maus. Im Endeffekt könntet ihr nun eure Dateien einfach auf dem NAS-System lassen und könntet dann direkt eure Schnittsoftware auf eurem PC starten und die Projektdateien aus dem NAS sozusagen laden. Das heißt, wenn ihr euer NAS, eure Freigaben auf eurem PC eingerichtet und verknüpft habt, könnt ihr auf diese direkt zugreifen und diese als einen lokalen Ordner nutzen und darüber eure Videos schneiden, eure Projekte bearbeiten und habt eine sehr schnelle Lese- und Schreibrate. Diese Lese- und Schreibrate, die hängt aber nicht nur von dem 10 Gig Netzwerk ab, denn jetzt kommt noch ein kleiner Zusatz. Das Ganze hängt natürlich auch davon ab, was für Festplatten und wie viele Festplatten ihr in eurem NAS-System verbaut habt. Gehen wir zum Beispiel davon aus, dass ihr ein kleines NAS-System nutzt und dort habt ihr zum Beispiel nur zwei Festplatten-Einschübe. Wenn ihr natürlich in diesen Festplatten-Einschüben ganz normale HDDs verwendet und diese HDDs theoretisch einfach nur im RAID 1 verbunden sind, ja, dann habt ihr doppelte Lesegeschwindigkeit. Das ist auch eine super Sache. Das heißt, die Lesegeschwindigkeit der beiden Festplatten wird sozusagen verdoppelt, aber zweimal sagen wir 200 MB pro Sekunde macht 400 MB pro Sekunde und das ist nicht das, was ihr eigentlich über eine 10 Gig Leitung schieben wollt. Also da müsst ihr auf jeden Fall auch aufpassen, dass ihr natürlich euren RAID-Verbund in dem NAS-System der Geschwindigkeit, die ihr nutzen wollt, anpasst. Gehen wir zum Beispiel davon aus, ihr habt ein NAS-System mit sechs Festplatten-Einschüben und ihr habt in allen sechs Festplatten-Einschüben eine normale HDD, also eine NAS-HDD eingebaut, die auch an die 200 MB pro Sekunde braucht. Das Ganze ist im RAID 5 verbunden, dann hättet ihr nun 6 minus 1, also einen wegnehmen, 5 mal 200 MB pro Sekunde. Also wir runden das Ganze jetzt mal für die Leute, die das immer ganz ernst nehmen. Wir sagen jetzt einfach mal 1 GB pro Sekunde und schon könnten wir unsere 10 Gig Leitung komplett ausnutzen. Also da bitte darauf achten, dass ihr dementsprechend auch die richtigen Festplatten, genug Festplatten und den konkreten RAID-Verbund habt auf eurem NAS-System, um auch dort keinen Flaschenhals für das 10 Gig Netzwerk zu haben. Ja, damit sind wir an sich auch schon am Ende des Videos angekommen. Was ich hier nicht machen wollte, war ein kompletter Deep Dive in die kleinsten Details und Geschwindigkeitsvergleiche zwischen verschiedenen Systemen. Ich wollte euch einfach zeigen, wie man das Ganze einbaut und vor allem wollte ich euch erklären, welche Pain-Points man haben kann. Das heißt, wo muss man drauf achten, wo könnte man anecken und könnte einen Flaschenhals bekommen, dass ihr da auf jeden Fall schon vorher wisst, was ihr beachten müsst und nicht in diese Fettnäpfchen tretet. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch helfen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao! Ciao, ciao!